Ein kleiner Weißnackenkranich, gerade mal drei Wochen alt und wächst gut behütet auf. Seine Eltern sind nämlich wachsam. Eindringlinge werden sofort registriert, auch wenn sie Gutes bringen. Wir füttern heute jetzt die Nachmittagsfütterung. Das ist ein Mix aus dem natürlichen Kranichfutter, was hier drin ist, was die Eltern kriegen. Und gekochtes Rindfleisch, Chicorée und Ei. Und das kriegt er jetzt. Mit Mehlwürmern. Genau. Wollen wir? Wir wollen. Ich bin dein Wachschutz. Jens Hirmer und Azubi Irina müssen dabei besonders den Vater im Blick behalten. Er ist sehr extrovertiert in letzter Zeit und da ist es mir schon lieber, wenn jemand dabei ist, der Ahnung. Okay, dann. Ich gehe vorne weg. Ja, so kommen nämlich schon. Das sterbende Schwan wird auch schon gespielt. Man kann gerade sehen, das Weibchen spielt einen sterbenden Schwan. Will uns ablenken. Mul loud. Untertitelung des ZDF, 2020